Und diesen Prozess, den beobachtet Philipp Röttger. Für uns Philipp, ja Jens Lehmann, ist also selbst vor Gericht natürlich erschienen. Wie äußert der sich denn dezidiert zu diesen diversen Anklagepunkten? Ja, ich muss sagen, der Prozess wird immer skurriler, denn Jens Lehmann sagt, er hätte nie einen Dachbalken angesägt und auch nie den Stecker einer Videokamera rausgezogen. Er war lediglich auf dem Grundstück mit einer Motorkettensäge um die Hecke des Nachbarns zu schneiden und hat sich dann dafür interessiert, was denn der Nachbar in der Garage baut. Und das ist deswegen mit einer laufenden Motorkettensäge in die Garage gelaufen. Also wirklich sehr skurril. Ich bin gespannt, ob das Video, das es ja geben soll von der Tat, ob das heute noch gezeigt wird. Aber Jens Lehmann sagt, die Sache ist vorbei, denn er sagt, er hat sich mit dem Nachbarn geeinigt, die Sache ist durch und wirft der Staatsanwaltschaft vor, dass es nur so groß gemacht wird, weil er eine bekannte Person ist. Jetzt gerade werden die Polizisten, die er beleidigt haben soll, die werden gerade vernommen und dann werden noch zehn weitere Zeugen geladene. Ein weiterer Prozestag findet dann sehr wahrscheinlich noch am 22. Dezember statt, denn ich kann mir gut vorstellen, dass heute noch kein Urteil stattfinden wird. Philipp, naja, dann wird die Videoaufzeichnung das Ganze ja ziemlich einfach auflösen können. Sehr spannend, du wirst es weiter im Blick behalten. Danke. Vielen Dank.